Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Ich muss euch mal was schönes zeigen. Ich habe mal ein bisschen Recherche betrieben und die Karte studiert. Und ihr seht vielleicht schon diese beiden wunderschönen roten Punkte hier. Hier gibt es die letzten beiden Fremdmissionen, die ich gerne noch tätigen wollen würde. Und natürlich noch Henri Lemieux hier irgendwo in der Stadt. Aber das ist egal. Wo sind wir denn überhaupt gerade? Wir sind ganz weit weg. Ach ja, stimmt. Ich bin ja schon mal hier hingeritten, um die nächste Mission zu starten. Genau. Dann machen wir das auch. Genau. Ich habe mir die jetzt mal rausmarkiert. Das heißt, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich hin muss. Und kann das in Zukunft mal angehen, wenn ich denn mal Zeit und Lust habe. Genau. Die beiden und Henri Lemieux sind eigentlich so die letzten, die ich jetzt machen wollen würde. Wie gesagt, der Rest sind dann halt irgendwelche Quests, wo man entweder halt ganz viel sammeln muss. Quasi Sammelaufgaben erledigen muss, was mir halt einfach zu blöd ist. Ich wollte zu zäh. Oder aber irgendwelche, wo es dann komplexe Vorbedingungen für gibt. Es gibt ja irgendwie so ein geheimes Nachtvolk, was man irgendwie so encountern muss, was dann halt so random ist. Und ach, keine Ahnung. Nee. Nee, 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 nee. Lass mal, lass mal. Irgendwann ist auch mal... Gut. Langsam möchte ich das Spiel auch dem Ende zuführen. Wie gesagt, langsam. So wie Red Dead Redemption 2 hat es. Langsam. Und ja, machen wir dann. Da ist ungefähr Charles. Sie sehen schon. Ich kann... Ah, ich darf sogar rennen noch. Schön. Hi. Hi, dein Good Dog ist da unten. Räudiger Hund. Räudiger Flütig. Irgendwas. Es tut mir leid, Hund. Ich wollte ihn gerade streicheln. Ja, das... Oh, okay. Er ist in seiner Tante. Joe. Ich warte für dich hier. Wie auf die Mission schon losging. Bup, 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 bup. Hey, Mister. Hallo da. Hallo da. Hallo? Komm in. Mr. Morgan. Ich bin so glücklich, dass du es machen kannst. Ich bin so glücklich, aber er ist immer noch mein Kind. Ich weiß dein Kind. Ein bisschen. Er ist sehr wunderschön. Er ist sehr wunderschön. Er ist mir. Wie ist dein Vater? Er ist tot, dass er lange ist. Er hat viel länger leben, als er gut für uns. Mein Kind wahrscheinlich wünscht das gleiche zu mir. Ich bin so glücklich, dass ich mich nicht so glücklich fühle. Ich bin so glücklich, dass ich mich nicht so glücklich fühle. Ich muss meine Leute, dass ich mich sicher sind. All mein Leben, ich versuche, dass ich mich nicht so glücklich fühle. Aber ich liebe mein Kind. Ich bin so glücklich, dass ich mich nicht so glücklich fühle. Das ist treason. Was soll ich machen? Ich glaube, dass ich nicht so glücklich fühle. Ich glaube, dass ich mich nicht so glücklich fühle. Nein. Ich glaube, dass wir nicht so glücklich fühle. Ihr Freund, Herr Vanderlund, hat uns geändert. Die Beziehungen zwischen uns und der Armee sind schlimmer als in jedem Punkt in den letzten fünf Jahren. Ich bin sicher, dass er gut ist. Aber die Dinge sind eher komplexer als er versteckt. Ich bin so glücklich, dass ich mich nicht so glücklich fühle. Okay, versuchen wir es mal. Oh, weia. Naja, der Eagle Fly ist es, ähm... Jugendliche Sünden, könnte man es nennen, was er da betreibt. Und wer ist wieder dreckig? Nee. Glaube nicht. Ich habe es am Ende der letzten Folge noch gestriegelt, das weiß ich noch. Oh, ich habe es da. Oh, oh. So, ich habe es nach dem Fort. Die Armee sind alle die Hauptbahnfahrten und Städte in und aus. Aber wenn wir die Hörstelle durch den Räumen gefunden haben, habe ich gefunden, eine Route, die uns in ziemlich nahe. Wenn wir warten bis zu früh, ist ein Ort, wo wir in den Nachkriegeln können. Okay, was du denkst. Ich glaube dir. No guns, nur Knives und Arrows. Wenn wir ein paar Geräusche machen, er wird tot, bevor wir ihn nahe sind. Okay. Ich habe zwei Knoe in der Runde, in dem wir noch einen anderen Weg rauskommen. Okay, gut. You know, das nicht hätte passieren, wenn es nicht für Dutch war. Es ist nicht nur für Dutch. Wir alle mit ihm zusammengekommen. Ich weiß, dass die Egelflüge verletzt. Und er hat die Fläume verletzt. Er ist nicht helfen, dass die Tribe. Er ist helfen, dass er sich selbst verletzt. Du hast das gesehen, oder hätte du nicht nach Rainsfall gehen, hinter ihm. Ich glaube, ich denke, dass ich einfach ein Weg zu sagen. Es muss sich ein Weg geben, um die Situation zu retten, um Dutch zu retten, aus dem Ort, wo er ist. Well, ich liebe Rainsfall. Ich weiß nicht, Arthur. Rainsfall ist in eine schwierige Situation. Und das für Dutch. Ich muss versuchen, auf das, zumindest zu retten. Du fühlst dich das? Es ist regnet auf dem Wind. Ich weiß. Hör, Charles. Wenn es schlecht geht, dann kannst du dir aus. Du hast mehr zu verlieren. Nein. Oh, come on, don't start talking like that. Uh, I didn't tell you before, but... I saw a doctor. It's pretty bad. It's gonna get worse. Oh, Arthur. Any day, we can die. We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you were lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Losea, Lenny, Sean, all them, they didn't. And what about the calendar boys? Both Kilt trying to escape Blackwater? A more vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. Maybe you're lucky. You got the chance to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. Either way. Just keep your head strong. We're close now. Seifle immer noch das Pferde einfach so mini-stir. Nicht einfach mal so durch so'n See schwimmen. Aber hey. Ich weiß es nicht. Ja, wieder Gutmachung, ne? Mach ich ja gerade eigentlich. So, so, the current's strong. Up here. Follow me. Hey there. Hey. You were out of the damn rain. Mm-hmm. Yeah. Charts. But might help us with sneaking in there. Alles gut? Okay, seine KI war kurz nicht funktionstüchtig, aber jetzt geht's wieder. Ja. After the meeting with Colonel Favors. Some women were taken. Elders beaten. Bastards. Yeah. This isn't gonna be nice. Was geht ab? There it is. Er will nicht mit ihm reden. Oh oh. Oh Gott, ich sehe schon, wie wir uns da durchballern. Aber es ist okay, ich baller gerne. Spannender als einfach nur 20 Minuten durch die Prärie zu walten auf jeden Fall. Ja? Ja. All right. This should be fun. Let's get ourselves hidden and wait till it gets dark. Over here. Okay. Okay. Mach, warum auch immer. Oh. Oh. Hier hole ich mir jetzt meine letzten Leben auf jeden Fall. He, 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 he. He, 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 he. Fort Wallace. Let's deal with those two at the gate first. Erstmal will ich wohl gerade mit der mittleren Taste die Karte öffnen. Oh Gott, Hilfe. Genau, hier waren wir mal. Okay, okay. Erledige die Wache nun. Achso. Da kam schon, da hinten kommt schon Nachschub, ich seh das. Ich bin ganz leise. Keine Sorge. Charles, oh Gott, Charles. Ah. Oh oh. So. Let's go. Er weiß nicht, was für ein Glück er gerade hatte. Naja. Werden ihn wahrscheinlich da. Huch. Werden ihn gleich wahrscheinlich abschlachten, also von daher. Gut. Let's keep moving. Ich kann ihn gar nicht. Mach da. Ich hab den Kopf gerade nicht, ich konnte den Kopf gerade nicht identifizieren. Okay. Come on. Around the back. Mh mh. War so komisch aus und dann hab ich gedacht, dass da zwei Leute drin sind, was ja auch zusammen ganz viel Scheiße wär. Ja. 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 Ich bin super, dass er mich nicht gesehen hat. Gut. Let's move. Haha. Ich hab ihn lieber schnell geschlossen. Ne, dann ein bisschen Angst. Let's go. Ei, 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 ei. Weil ich hier noch Sneaky von hinten machen könnte, ne? Alter, mit dem, mit dem Pfeil. Geil. Ich hab jetzt zwar nichts ausgewählt da gerade, aber hey, ist auch scheißegal. Geil. Another two ahead. One each. Same. Good work. Come on. Deckungswechsel. Arthur kann ganz viel schnell laufen, so im geduckten Modus. Ich kann das nicht. Wait. And make sure the tower is clear. It's okay. Okay. Let's go. Another one out there. You got him? This one's mine. Alright. Good. Yes. Ach ne, doch noch nicht. Ich dachte ich jetzt. Aber fast, das kriegen wir noch hin, auf jeden Fall. Und wenn gleich irgendwas passiert. Keine Ahnung. Alarm geht los, dann baller ich trotzdem mit Fallenbogen weiter. Hihi. We'll never get past these guards. Get up that tower and try to distract them. Okay. Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start a fire. You should have a clear shot from the walkway up there. Ich stehe jetzt nicht so ganz, was du meinst. Begib dich zum Steg. Aber im Zweifel muss ich sowieso nur ein Dreieck drücken. Also alles gut. Oh, hallo. Es geht. Ich stehe jetzt. Knack. Ach tief. Wir müssen Luckily pushosh a fire. Und wir müssen los. We can go. Nigh. Halt. Let's go. Arthur komm. Here comes down here. What are you doing Arthur. The whole court is locked down. We'll never forget, you got flies out now. Ow. Okay, ich dachte ich dürfte mal eben kurz den schießen, der da so sneaky steht. He glaub ich dann gerade gestorben oder ist? Ah ja, okay. Entschuldigung. Boah, ich habe mich gerade richtig schlecht gefühlt, wenn Arthur mich, äh, wenn Arthur und Charles mich so fertig macht. Ich dachte, jetzt steht er so alleine, ihn mal eben schnell wegsnacken schon mal. Ist noch nicht verkehrt. Na gut. Ich gehe schon mal, ne? Sorry. Es tut mir leid, Charles. Ich wollte ihn nicht, ich wollte ihn nicht enttäuschen. Naja, Pech. So, jetzt aber. Erstmal den wegknacken hier. Den liegt bei... Willst du mich verarschen? Warum hast du mich gesehen? Weil wir sonst so die gesehen... Okay. Gleich kriegst du einen Fall in den Kopf. Was hast du davon? Äh, was ist... Hä? Okay. Eben wurde ich nicht gesehen. Äh. Ja. Selbst in Red Dead Redemption 2, einem Spiel, das wirklich nicht anspruchsvoll ist, was die Schwierigkeiten gerade anbelangt, versage ich, sobald Stealth da ist. Es ist wirklich furchtbar. So, bringt sowieso mehr Lebenspunkte-Dinger hier. Lebenspunkte-Dinger. So. So. We gotta fire it in the house! Let's go! Let's go! Arthur, come on! Get down here! Hätte ich gerne gesehen. Arthur Morgan? Haua. Charles? Ist das du? Schau für die Kiezen. Du musst mich rausziehen. Wir werden dich rausziehen. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne die Leiche plündern. Das hat er bestimmt damit zu tun. Huch. Entschuldigung. Komm schon. Ihr Vater hat uns. Mein Vater. Er hat gesagt, dass du kommen und töten. Nein, er hat nicht gesagt, dass du. Natürlich nicht. Du bist okay? Nee, Moment. Das ist falsch. Ja, das ist okay, Scheiß. Zack. Wo immer der Fall gelandet ist. Ich hab nichts gesehen. Auf jeden Fall irgendwo in seinem Körper, aber... Oh, in Zeitlupe. Zack. Wie geht's chill, der einfach langläuft. So, Stufe 8. Jetzt könnt ihr mich mal... Jetzt kommt die Waffe. Maximale Energie. Im richtigen High gerade. Jetzt wird geballert hier. Zack. 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 Oh, ich hab mir vier Gnade laden. Tut mir leid. So, Riff Deadeye auf jeden Fall. Oh, Patsch. Wir können hoffen auf jeden Fall. Ich bin scheiß auf mich, doch. Mehr als die hinter uns. Du hast wirklich gedacht, die Waffe sind hier. Ich hab lange lebt, du schuldig. Wir sind hier. Die Waffe sind gebrochen, als sie mich in. What? Ja, okay. Ich folge dir. Bisschen in den Tod. ich höre die mauer habe ich irgendwie ich habe nichts dabei was irgendwie sprengkraft hat corn beef kann ich ranwerfen mal gucken ob das funktioniert das wollte ich jetzt nicht man nennt es dann in das spiel ganz kurz noch die chance gibt es selber rauszufinden da sieht doch wunderbärchen aus geil pferde stehen direkt da fast mein pferd abgeknallt schön das ist nicht mein pferd da ist mein pferd ich würde gerne hallo ich würde gerne das gewehr Mein Pferd rennt ja ganz gut automatisch. Habe ich gelernt. Weg mit dir. Aua! Oh nö. Pferd, geht's dir gut? Okay. Ach Pferd, was soll denn das? Und du auch noch. Danke. Danke, dass das ein Hit war auf jeden Fall. Ich habe eigentlich rüber geschossen, aber okay. Das war's, ne? Warum geben wir uns nicht alle einen Kanu? Egal. Guck mal, jetzt ist es auch zu schau. Jetzt ist es wirklich schneller, wenn wir nichts haben. Gut zu wissen. Ach, natürlich. Oh, glaube ich habe das Herder schossen. Ne, doch nicht. Sehr schön. Aber was über... Ja, okay. Die Missionen machen es manchmal echt einfacher. Zu treffen. Warum auch immer. Ich hatte so ein Gefühl, 10 Meter daneben schießen und treff die Gruppe. Hoppala, hoppala. Max hat Zeit gelassen. Ich wollte nicht das Pferd erschießen. Flieh, Pferd. Sei frei. Wie mich in den trifft, was ist denn? Boah, Ware. Die habe ich nicht getroffen. Wer sich hingelegt hat. Ach, du kannst. Forn Opferd... Judau auf die Mitte. Nicht, ich habe falsch. Two noch auf die Seite. Geh, sie scht zu den Hohen. Wir können sie weg aus hier. Hilfe, ich bin, oh Gott, aufgelaufen. Ich bin ausgelaufen. Entschuldigung. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Komm schon. Du bist okay, Arthan? Ja, ich bin richtig bereit. Wie geht's dir? Ich werde gut in ein Tag oder so. Ich gehe schnell. Colonel Favors wird nicht zufrieden mit deinem Geist. Ich glaube nicht. Ja, es wird viel mehr Problem sein. Mein Vater. Auch er muss sich mit ihr kämpfen. Du wirst nicht gewinnen. Keine große Krise mit ihnen. Wollt ihr nicht alle einfach rausgehen? Woher gehen wir? Ich weiß nicht. Ihr seid gut. Ich werde dich zurück zu deinem Vater. Danke. Ich habe nichts. Stimmt, die Medio kriegst du zum ersten Mal, oder? So, was hätten wir noch schönes tun können? Lande während du ins Fort Wallace einringst bei jedem Soldaten einen Kopfschuss, der deinen Weg zu blingender Adler blockiert. Töte bei der Flucht gar 15 Gegner. Ich habe wirklich auch jeden Gefühl erschossen, den es gab. Ganz ruhig Arthur, lass mich für den weiterspielen. Danke. Ich will nur mein Pferd, dich will ich nicht. Was bist du überhaupt für ein Pferd? Ich kann dich nicht. Hm, komisch. Wieso will ich die ganze Zeit die... Ey, was ist denn los mit mir? Ich spiele gerade Spider-Man, Miles Morales, ich will die Map immer mit dem Schiebe-Pad öffnen. So, ähm... Wir sind jetzt natürlich von allen Punkten hier irgendwie weit weg. Aber man kann sich ja ruhig mal hinborden, ne? Das heißt, ich brauche mein Pferd eigentlich auch gar nicht. Bitte? Das Pferd hat mich gerade getreten. Aua. Wie auch immer das passiert ist. Dann porte ich mich, weil ich will jetzt auf jeden Fall irgendeine der beiden nehmen, bis wir mal anfangen. Weil beide haben leider, hehehe, fünf Parts. Hehehe. Aber gut, das kann natürlich potenziell sein, dass sie schnell abgefrischstückt werden und quasi so direkt ineinander sind. Da kann es nicht auch sein. Es wird dann bis zu jedem warten müssen. Und das wäre nicht so schön. So, Emirate Ranch oder... Ja, komm. Oder Rhodes. Ich weiß nicht genau, was jetzt näher dran ist, aber egal. Die andere Mission ist ja dann westlich von Van Horn. Die hat, glaube ich, sogar was mit den Allgeborenen zu tun. Also die andere, nicht die, die ich jetzt mache. Ich werde auf jeden Fall in der aktuellen Situation eigentlich eine recht passende Mission, sage ich mal. Und die, da schwebt irgendwas. Gut. Ähm, ja und die andere, also die Mission hier, ne, ich glaube sogar beide Missionen sind eigentlich schon relativ lang verfügbar. Irgendwann schon seit Kapitel 2 oder 3 oder so, also, ja. Hey, die Team haben wir schon wie früher finden können. Egal, so, wo bin ich, wo ist die Mission? Da. Heeler. Habe ich nicht noch irgendwas... Warte mal, ich habe da noch irgendwas zum Verkauf, glaube ich, ne? Ich glaube, ich habe noch was zum Verkaufen. Irgendwas Wertvolles. Gucken wir doch einfach mal... Ja, meinetwegen auch so fährt. Erinnere dich. Du hast hier ein paar Zeit vor, hm? Ja, ich kenne dich auch noch, Seamus. An denen haben wir, glaube ich, die Pferde verkauft, die wir mal. Ist mir scheißegal, was du mir da erzählst. So, verkaufen. Oh, ich kann einiges verkaufen. Silberne Taschenohr. Verkaufen. Oh ja, Reutlinger Taschenohr für 50 Dollar. Oh ja, uuuh. Ja. Charles hat der nächste Zeichnung. Ja, lohnt sich nicht. Ah gut, ist ein bisschen was losge... Ach, hallo. Ein bisschen was losgeworden. Auch nicht verkehrt. Bald werden wir dann Shopping-Tour machen. Brrbrrbrrbrbrbrbrbrrr. Brrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrr. Ich reite, ich bin auf Reite. Hm, ne. Moin. Hey, Partner. Partner. Hallo, Schweine. Wie geht's? Na, guck mal. Direkt das Vorlagezeugchen hier. Schön. Hello. Ich guck dich ja an, um ja nichts zu sehen. Nein, ich bin sorry. Ich bin verurteilt. Verurteilt? Wie so? Es ist ein Verstand. Wer will eine Frau, die wilde Tiere sehen, die keine wilde Tiere haben? Komm in Amerika, sie sagten. Komm in die Land of Opportunity, sie sagten. Sod you, Daddy, I sagten. Ich gehe nach Amerika, um es zu machen, um es zu machen. Ich wollte nicht in die Armee sein. Oh, jetzt guck mich. Die olden Gitt will have a field day. Ich verstehe nicht wirklich das. Ich hatte eine Art. Die wunderschöne Frau in der Welt. Die Wunderschöne Wunderschöne. Watch her. Tame wilde beasts. Und du war die Frau? Natürlich war ich die Frau. Die Frau. Es ist die Szene. Grease paint. Tears. Niemand will einen Mann wrangeln wilde Tiere. Und niemand will eine Frau wrangeln nichts. Kann ich die Brust? Ich will mich schreien. Ich habe mich. Ich bin buggered. Was? Meine Tiere. Sie escaped. Und jetzt bin ich... Ich bin buggered. Was escaped? A priceless Ranjaniki Tiger aus den Händen. A fantastisch, elusive Zebra aus Ongobongo aus Ongobongo aus dem Limpopo. Und ein Magnificent Lion aus den Grasslands von Tanganyiki. Ich sehe die Probleme. Sie sind ziemlich schwer zu kommen hierher. Listen, Freund. Help eine Frau aus, würde ich? Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Wenn du siehst, würdest du sie zurückbringen? Wenn ich einen Tiger oder ein Lion oder ein Zebra oder ein Zebra römen. Genau. Wenn... Wenn ich glaube, die Zebra sind nach Lonards Sodden. Das ist ein bestimmtes Kreatur. Ich mache es für einen Zeitpunkt. Okay. Madame? Es wird mir auf der Karte angezeigt. Sehr nett. So, wo muss ich hin? Weit weg? Ne. Sehr schön. Im Arm, Margaret. Okay. Dann schauen wir mal. Reite ich jetzt quasi wieder zurück. Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich schon Teil 2, wenn ich da das Viech fange. Nächstes Tier ist dann Teil 3. Das Viech danach ist Teil 4. Und das zurückbringen ist dann wahrscheinlich Teil 5. Ist also doch nicht so schlimm. Und so langwierig. Das ist schön. Guck mal. Wilde... Wilde Pferde. Spirit. Wilder Mustang. Wilder... Wilder... Ach, keine Ahnung. Äh... Wilde Erdbeeren. Okay. Ich kann ein bisschen Querfeld einen. Das ist okay. Ach, Querfeld einen. So ein schönes Wort. Kujoten in die Aufstellung unterwegs. War riskant, weil man wusste es. Ach, war nicht riskant. Da wäre ich auch nicht noch über die Bahngleise gelaufen. Was? Seid ihr schon über Bahngleise gelaufen? Ich mache das öfter. Ja. Das ist kein Hobby von mir. Autsch. Okay. So. Magst du ein bisschen Zebra? Wo du selbst wieder die Gegend gesehen? Ja, verstehe ich. Aber wie soll ich denn das einfangen? Ja gut. Zebra sehe ich noch. So ein bisschen so wie ein Pferd einfach reinzufangen. Einfach... Das lasst du rausholen und spielen. Ein Spiel. Ein Spiel. So ein bisschen wie ein Pferd, was einfach nur angemalt wurde. Wenn ihr mich fragt. Hab jetzt. Oh oh. Chill. Renn nicht weg. Hey! Aha. Ähm. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt einfach aufsteige, dann kickst du mich wahrscheinlich runter. Das ist ein Maultier. Okay. Okay. Ich hab zumindest richtig erkannt, dass es kein fucking Zebra ist. So. Kurz mal hier markieren. Pferd tut mir mir den Gefallen und wirf mich nicht irgendwie auf halbe Strecke ab. Schauen wir mal ein Pferd gleich mitnehmen. Damit ich gleich weiter reiten kann. Alter. Der Maultier hört sich aber auch immer an, als wenn es gleich sterben würde. Einfach. Alter. Das fühlt in den Ohren weh. Please. Ach, Apollo 13. Bist du geschnappt über Erde. Daran denk ich beim Maultieren. Wie bei der Schill angeht. Jetzt bin ich ein Zebra. Wir haben ihn verstopft. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh, dear. You're missing the point, aren't you? It's an illusion. A trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage. Dreams and reality. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning. There, in the glare of those arc lamps. Something mundane into something extraordinary. It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as... As long as you don't pay me with tickets to your show. Ah, yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment... Of course, of course. I shall make it worth your while. But, um... First... We shall need the whole Menagerie back, before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion, in case it could lend a paw. They're down there on Caligar Way. Please. I hate to ask. Alright. I'll see what I can do. Hmm, I find you a tiger, Ben, Digga. Have we got time for it? Yeah, I'm going to go on the map. Hmm, yeah. Ah, yeah. I think so. That's how we do it. We'll do it quickly. Gucken wir mal, ob das jetzt wirklich Teil 3 dann quasi ist, ob wir uns wahrscheinlich gar nicht sehen können. Aber fertig machen wir die Quest dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Sollte dann ja relativ schnell vonstatten gehen eigentlich. Wir sollten auch mal schauen, dass ich dann irgendwann nachts auf jeden Fall mal wieder zu Henry Lemieux gehe. Und Safi halt ein bisschen Zeit verstreiken lasse. Da gibt es auch insgesamt 3 Parts und der zweite ist halt der nächste. Wenn wir das dann alles ab, dann können wir uns bald ganz in Ruhe einfach nur noch der Hauptstory widmen. Wir müssen nichts mehr beachten. Hm. 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 Woops. Vermutlich. Wieso hält das immer nur so kurz? Jesus. Wenn ich renne. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, man. Oh, hallo. 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 Wow, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. mir okay das machen wir dann auf jeden fall beim nächsten mal ich sage danke fürs zusehen mich auf uns gefallen und am nächsten mal beenden wir dann auf jeden fall diese quest reihe dingsbums ja und dann denke ich mir dann auf quest bis dahin